Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Auspack-Video. Dieses Paket, was hier vor mir liegt, stammt von einem Zuschauer. Die Größe gehen raus. Ich weiß auch schon, was drin ist, weil ich das schon mal ausgepackt habe, aber das mit dem Video nicht geklappt hat. Also versuchen wir es jetzt noch einmal und somit herzlich willkommen zu diesem Auspack-Video. So, dann wollen wir mal das Paket hier öffnen. So, wir haben jede Menge Styropor und Papier hier drinnen. Und wir haben hier, tada, ein schönes Becken hier drin. Hier bei diesem guten Stück handelt es sich um ein Dimmerberry Ride Symbol und wir haben hier auch ein paar schöne Nieten drin, die dem ganzen Becken ein gewisses Rascheln beigeben und das ist ein 18 Zoll großes Ride Becken von der DBFR Serie von Dimmerberry. Ich zeige es euch mal von vorne. Hier sehen wir einerseits die rau gelassene Fläche und hinten komplett natural abgedreht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Abo da, dann lasst ein Like da, dann lasst ein Kommentar da und wir sehen uns dann gleich bei der englischen Version dieses Videos wieder. Ciao, ciao.